Hallöche meine Damen und Herren, die Opening-Stage ist vorbei, leider haben wir etwas reingeschissen. Nichtsdestotrotz kannst du deine Coin jetzt direkt auf Silver bringen, indem du den nächsten Picks machst. Und ja, man bekommt sogar einen Token einfach nur dafür, dass man weiterpickt. Ich habe jetzt vier, weil ich meine Picks hier gerade eben ready gemacht habe, und meine Coin ist auf Silver aufgestiegen. Ich verstehe nicht ganz das System dahinter, weil eigentlich hätte die aufsteigen sollen, wenn wir fünf richtige gehabt hätten. Aber es ist jetzt trotzdem passiert. Nur für die Picks. Und auch im Leaderboard bin ich jetzt einfach, auf Platz 1 ist jetzt irgendwie übertrieben, aber ich bin hier mit allen anderen auch eins aufgestiegen. In Theorie sollte hier jemand mit vier stehen, der bei der letzten Pickung richtig gepickt hat, also fünf richtige hatte. Bis jetzt kenne ich noch keinen, der die fünf richtigen gemacht hat. Also diese Opening-Stage war wieder absolut wild, und es sind Dinge passiert, die nicht hätten passieren sollen. Aber naja, schwamm drüber. Elimination-Stage. Das hier sind meine Picks. Ihr könnt die gerne wieder, wenn ihr wollt, einfach so übernehmen. Beim Maus sind wir uns, ich habe eben noch mit den Jungs im Teamspiel geschwätzt, noch nicht ganz sicher. Ja, eigentlich sagen sie Maus lieber hier mit rein oder ganz raus und was anderes rein, aber wir wissen es noch nicht so genau. Das sind aber vorerst meine Picks. Und falls ich sie ändere, werde ich wieder unten im angepinnten Kommentar ein Screenshot mit meinen aktuellsten Picks reinsenden. Mit der Zeit, wann ich sie geändert habe. Ihr habt noch acht Stunden oder siebeneinhalb Stunden Zeit für die Picks. Das ist wirklich wichtig, dass ihr das heute Abend, heute Nacht noch macht. Morgen ist es zu spät. Und hier natürlich auch wieder der Disclaimer, das hier muss nicht so eintreffen, wie es eben da steht. Die Teams können reinscheißen oder überraschend gut spielen und dann ist es anders. Aber das sind zumindest so im Moment gerade die Überlegungen. Falls sich etwas ändern sollte, steht es wie gesagt im angepinnten Kommentar. Vielen lieben Dank fürs Zusehen, danke für die Kommentare und für die Likes. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Lasst es krachen. Later. Bis zum nächsten Mal.